Herzlich willkommen zum Online-Gartentipp. Nun, der Buchsstrauch zählt zu den beliebtesten Pflanzen. Leider Gottes ist er berechtigt, wie ich meine, bedingt durch den Buchsbaumzünsler in Ungnade gefallen. Und nun suchen die Hobbygärtner nach Alternativen. Und ich darf Ihnen heute wirklich eine Alternative vorstellen, die Ihren Erwartungen voll entsprechen wird. Der sogenannte portugiesische Lorbeer. Hier ein Exemplar, als Kugel geschnitten. Dieser portugiesische Lorbeer hat ein geradezu luxuriöses Aussehen. Die Blätter sind glänzend, er ist absolut winterhart und er lässt sich hervorragend formieren. Also, dieser portugiesische Lorbeer eignet sich für das Herstellen von Kugeln, von Pyramiden, aber auch für Hecken, so ähnlich wie der Buchsstrauch auch. Eine Pflanze, die derzeit keine Schädlinge kennt und keine Krankheiten. Und dieser portugiesische Lorbeer entwickelt kleine Blüten, die einen intensiven Duft vermitteln. Und so schaut ein Strauch aus, bevor er geschnitten wird. Also, es gibt Sie tatsächlich die Alternativen zum Buchstrauch, damit Sie mit immergrünen Pflanzen einen zeitlosen Charakter in Ihrem Garten inszenieren können. Der Herr mein Tipp. Wenn Sie immergrüne Pflanzen suchen, dann bitte mit Bedacht Sorgfalt und auch gärtnerischer Kunst. Es gibt zwei Alternativen, die ich Ihnen empfehlen kann. Der portugiesische Lorbeer, aber auch die Eibe. Die Eibe wächst natürlich wesentlich langsamer und ist nicht so schnell zu einer Kugel zu formieren, wie der portugiesische Lorbeer. Ich wünsche Ihnen beim Gärtnern viel Erfolg.